Hallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Weg in Battlefield 4. Wir spielen hier gerade wieder am Sturm auf Paracel. Hatten wir ja vorhin schonmal. Und... Ja, wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein? Wir gehen zu A. Ich spiele weiter den Sturmzertaten mit der AK-5C. Ich habe ein zweifach Zoomvisier drauf, wie in der letzten Folge auch zu sehen. Mit deiner Position scheinen feindlicher Scharfschiste zu sein. Danke. Und wir gucken einfach mal, dass wir ein bisschen... Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Bravo übernommen. Wer ist denn der Typ? Ist der oben? Der läuft gerade hoch. Jetzt hänge ich hier... Grünzeug fest. Hey, verdammt! Oh. Die erste Hilfe ist unter dir! Nehm! Kann ja nicht sein. Weil jetzt kann ich dem Grünzeug da festhängen. Hier ist deine erste Hilfe! Ja. Eigentlich sind die kleinen Packs... So, wenn du alleine spielst. Gar nicht mehr so schlecht. Kannst du immer so... So. Und trotzdem weiterlaufen. Laufst hier drüber. Holst hier... Das Leben ab. Ist ja gar nicht mehr so schlecht. Trotzdem will ich ja das große Medifact freispielen. Ich habe jetzt so mit allen Klassen bis jetzt mein Ziel erreicht. Habe mit dem Pionier die Slam freigespielt. Habe mit dem Versorger schon ein bisschen länger C4 freigespielt. Einzig und allein, was ich noch nicht so oft gespielt habe, war der Sniper. Und eben jetzt der Sturmsoldat. Aber das holen wir ja jetzt gerade eben im Moment nach. Wir gehen noch... Ja. Versuchen wir uns ein bisschen nach C zu bewegen. Mal gucken, was wir da anrichten können. Hier steigt ein Typ aus. Den markieren wir mal schnell. Und dann rennen wir weiter durchs Gebüschzug Richtung C. Ja. Wir werden beschossen. Schön. Supi. Da ist nämlich ein Boot. Ja. Schade. Wir können nämlich die hindern, die da drauf hängen, können wir runter holen. Wir brauchen einen schnellen Angriff auf Makis. Torf-Check eure Karten. Die können dann nämlich... Ja. Okay. Ich hab' nicht zur Tag zu einem feindlichen Brot. Ich hab' nämlich runter schießen. Die sind nicht geschützt oder sonstiges. So, wo ist der Typ? Ist der tot? Ne, der hockt da unten. Was? Der holt mich mit einem Schuss? Wirklich? Ernsthaft? Ach, was? Der kann doch nicht. Ne, jetzt kommt. Das ist doch unglaublich. Achtung. Einsatz in Alpha wurde neutralisiert. Oh, was? Was? So, den haben wir. Nein. Da werden wir ausgeschaltet. Wir haben zwar zwei Stück erledigt, aber war es dann doch einer zu viel. Ein bisschen viel Aufmerksamkeit erreicht. Nicht. Haben wir auch keinen Schalldämpfer oder sowas auf unserer Waffe. Einsatzpunkt verloren. So, wir wollten D angreifen. Hat nicht funktioniert. Wir können natürlich zu C. Mit der Vermutung. Dass die Typen hierher kommen. Ja, ganz schön viele. Schaden. 20 Schuss mehr und der wäre auch gut gewesen. Hab gerade in den feindlichen Soldaten gesichtet. Ah. Okay, lassen wir mal. Den holen wir uns irgendwie so. Was denn der? Anscheinend ist wirklich deiner Position in feindlicher Scharfschüsse. Oh, das sind ganz schön viele, ey. Ganz schön viele. Herr Hörn, Einsatz Ziel Alpha wurde neutralisiert. Der ist auf dem Heli. Der ist auf dem Heli. Ich glaube der hat es ein bisschen auf uns auf gesehen. Was denn? Hat der das? Ne, der sieht uns nicht. Zum Glück. Zum Glück sieht er uns nicht. Da. Nächster down. Und dann ist er nochmal einer der unter der Brücke wohnt. Da haben wir mal ganz schön viele hinten ums Eck. Wahrscheinlich, ja. Jetzt suchen sie natürlich alles ab. Weil sie Angst haben. Da ist noch einer oder so. Ich kann auch nicht ins Boot rein. Ist wohl schon voll. Ich könnte hier ins Boot. Das bringt mir nix. Ich will lieber zu C und das ein bisschen verteidigen. Wenn da jetzt so ein paar kommen, ne. Das ist ein bisschen schlecht. Wir gucken mal, ob wir vielleicht ins Haus rein kommen. Das wird nämlich schon eingenommen. So. Wir gehen ins Haus rein. Wir haben gerade Einsatzziel Delta neutralisiert. Das ist dick mit hier eingenommen. Immer mal wieder kurz. Jetzt sind es wieder mehr. Wir haben gerade die Kontrollen über Einsatzziel Delta übernommen. Nördlich von dir ist ein feindlicher Helikopter. Ah, ok. Ich bin ja ganz allein. Das gefällt mir nicht so. Ach, komm. Ok, unser Squad ist ein Squad mehr. Deswegen ist es bei mir. Hoffentlich überlebt er so lang. Ich kann jetzt leider nicht die Kamera schwenken. Oh Gott, das war ja klar. Ne, er hat auch erlebt noch. Ja, passt schon. Brauchst du nicht aufheben. Ich komm. Komm rein. Na, komm. Hm, verdammt. Das kann ja nicht wahr sein hier. Unglaublich. Waren es da noch ein oder zwei zu viel. Wir haben aber D. Wir haben D. Im Moment haben wir noch einen Punkt mehr. Das ist gut so. Das ist sehr gut sogar. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir das auch halten können. Wir werden jetzt nämlich von C hier rüber sprinten. Da ist nämlich schon einer. Warum kann er einfach so an der Flagge stehen? Ich verstehe sowas nicht. Ach, Mann. So, rein. Hier rein. Wieso ist da immer noch eine? Mein Gott. Da kämpfst du einfach mal einmal one on one gegen den Heli. Machst sogar 31 Schaden, wo du den als Killhilfe bekommst. Und hast jetzt einen schwarzen Bildschirm. Okay. Warum? Ja, okay. Ähm. Super. Ja. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. So. Weiterspielen? Ja, jetzt geht's. Jetzt funktioniert der ganze Spaß wieder. Battlefield hat ein bisschen, ne? Fühlt sich noch nicht ganz so rund an, das Spiel. Es fühlt sich nicht richtig rund an. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Ah, A haben sie. Bzw. B haben sie. Hey, was ist denn hier los? Ich hab irgendwas verpasst. Letztend hier die ganze Zeit so bei mir. Das ist unglaublich. Was schießt denn da auch die ganze Zeit auf mich? Jetzt mal ganz ruhig bitte, okay? Ich will jetzt hier einfach nur schwimmen. Mehr will ich gar nicht. Was ist denn hier los? Ey, hab ich irgendwas verbrochen? Das ist so auf mich abgeht. Ah. Jetzt haben wir das Rotpunkt bisher endlich freigespielt. Dann müssen wir nicht mehr mit dem Zoom hier spielen. Na. Wobei der eigentlich ganz cool ist. Ja. Jetzt fährt da oben natürlich die Flugerwerbung. Die ist auf uns wahrscheinlich abgesehen hat. Und wir haben nichts. Wir können leider nichts gegen ihn machen. Also hier ein bisschen dumm rumstehen und hoffen, dass er uns nicht sieht. Ich hab einen feindlichen Helikopter südlich von dir gesichtet. Achtung! Einsatzziel Alpha-Gudo-Merkers. Ey, was ist denn das für kleine Mikro-Rugler, ey? Ich pack's wirklich nicht. Ich stotter die ganze Zeit ein bisschen. Okay, wir nehmen grad B ein. Ich hab einen feindlichen Panzer südlich von dir gesichtet. Ich werde beschossen. Das macht jetzt nix. Ja. Jetzt nehme ich nämlich die Punkte, nehme ich mit. Oh Gott, die haben die ganzen Häuser zu ballern, ey. Liegt der in einem Haus? Nee. Oder? Nee. Ich will es nicht mal nicht für ihn hoffen. Hier ist das Medikator. Ey, mit diesem Rugglern, das ist ja unglaublich. Was ist denn das? Ich versteh's nicht, ey. Anscheinend ist festlich deiner Position ein feindlicher Panzer. Das ist ja unglaublich. Ja, der eine schreibt's schon im Chat laggy. Extrem, ja. Okay, es ist halt so nicht nur ich, der KG hier hat. Ne? Es sind auch andere. Okay. Das ist sehr cool. Komm, wir nehmen mal das Ding mit. Das ist so eine leichte... Explosions... Munition. Mal gucken, ob das jetzt aufhört zu legen. Kann man dem Ding auch selber töten, ne? Dann stellst du dich... Wenn du dich da ein Berg hinstellst... Einfach mal reinholst. Kannst du dich auch, glaube ich, gut selber töten. Ey, was gehen hier ab? Da hat einer mal ordentlich Dampf gemacht, ey. Falsche Waffenhof aufgespürt. Material zur Abholung bereit. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, war nicht so geplant. War auf jeden Fall nicht so geplant. Die Scout Elite hat er da. Ja... Ja... Braucht kein Auto-Balancing machen, wenn es hier eh grad so kacke läuft. Wir sollten lieber mal gucken, dass hier... Dass ihr es irgendwie schafft... Dass der Server läuft, ne? Wär vielleicht ein Ziel. Wir können hier einsteigen. Wir können hier nicht einsteigen. Wir können, äh... hier einsteigen. Wir können rüber zu... D-Tuckern. Und gucken, was hier so los ist. So, der wäre tot, auch wenn ich nichts gemacht habe. Der ist tot, auch wenn ich was gemacht habe. Hier ist dein Medikator, Mann. Achtung! Ziel für Angriffspriorität markiert. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier D einnehmen können. Ich hab einen feindlichen Sniper gesichtet. Sturmbeginn, jetzt wird es wahrscheinlich noch mehr laggen hier auf dem Server. Ist natürlich extrem blöde, wer? Cool, wo bin ich denn? Ich hab keine Ahnung. Hilfe, wo bin ich? Ich komm ja auch nicht mal an, du. Ich muss hier gar nicht sein, ich will hier eigentlich raus. Ja, hier ist... Ja. Versorgungsabwurf ausgeführt. Wir müssen grad schlippen. Wie leben die noch? Sieht nicht so aus. Guck eigentlich gar nicht nachgucken. Ja, Jungs, guck mal nach. Guck mal nach. Da ist irgendwo... Irgendwo... Hier noch ein Sniper rum. Aua. Aua. Nichtsens ne 18er Kilo. Ich hab kein Leben mehr. Ach komm. Steh der im Busch. Ach. Jetzt käme der da bei der Leiche. Wat ist denn da los? Der wird es einmal einretzen. Dann kommst du einmal zu der Gelegenheit, einen zu retzen und dann käme da einer an der Leiche. So, auf der Zwischeninsel ist einer. Ich hab Lichtkontakt zu einem feindlichen Flugzeug. Südlich deiner aktuellen Position. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Es sind sogar zwei. Ah, mit der Sonne hier. Da siehst du ja gar nichts. Aber ich glaub... Der andere Squad Leader, der hat die schon ausgeschaltet. Beide. Sieht jetzt mal stark davon aus. Jetzt mal ganz cool bleiben da, ne? Wenn es hier schon lag, dann... 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 Dann Björk im Spielкіげ ist ein bisschen Diszipliniert. Ja. Das ist ungefähr natürlich welches im Match, wo wir gewinnen und dann fängt sie an zu lag. Unbelieveable. Es ist ein ganz schöner Party-Drupp. Südlich von mir ist glaube ich ein bisschen mehr wie bloß ein feindliches Boot, hier stehen ein paar südlich coole Typen rum, hier rumsnipern. Boot, chill mal bitte. Waaat geht hier los? Ja ich hätte dich gerne gerätzt, wo ist das Boot, wo ist das Boot? Ok das ist da hinten, kann man uns auch nicht ran sagen. Einmal nachladen bitte. Ein bisschen Heilung, wo haut es denn die Dinger mehr hin? Ist hier drüben irgendwas los? Chetzky Der wird beschossen. Waaat, der haut er mich einfach um und er hat noch null Leben. Wie funktioniert sowas? Das ist so laggy, kann es doch nicht sein und ich mache ihm nur 26 Schaden. Killhilfe, ey, das ist, ne, das kann doch nicht funktionieren. Wenn es wirklich so funktioniert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn es einer von euch mir erklären würde, wie das funktioniert. Verzichtungsbonus habe ich bloß bekommen. Habt ihr noch 2-3 mal getroffen oder nicht? Gegen das? Oh ja, heute gehen wir mit der Brücke ab, hey. Das ist ja ein Jump'n'Run hier. Waaat, 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 waaat. A, C, ja ok, C gehört uns. Ja. 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 Wir sind Jump'n'Run hier. Zack, zack. Und hepp. Suppi. Oh, oh, oh. boot 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 ist nicht gut so er ist da und können wir den holen nein können wir nicht das boot können wir da was gegen tun da oben ist ein geschütz das war ziemlich durchaus durchdachte und erfolgreicher plan muss nur sagen muss man mal sagen wir können das ding drauf packen aber wenigstens hier sind die nähere distanz was das wirklich besser ist ich weiß es nicht hallo wer schießt auf mich so ein paar typen gerats mal zur abwechslung gleich auf die sacke gekriegt vom heli nein ich hab doch kein leben mehr hör doch auf das finde ich nicht gut aber ordentliche hilfe bekommen hey 56 dass ich eigentlich nur kurz getroffen habe können wir hier rein johu wir haben sogar eliminieren gegner nice ist hier auch irgendwo so was ich war hier noch nie drin das ist ein chat okay pass wir gehen zur a das war ein bisschen früh gezogen aber ist ja egal dann holen wir uns halt a jetzt bis auf das ist der server geleckt hat war es eine ziemlich gute runde 13 12 ist in ordnung kann man so stehen lassen wir haben 11 kills mit dem carabiner typ ein paar punkte haben die hälfte über die hälfte von ja 18 auf 19 und haben sogar einen kill mehr wie einen tot super dann würde ich sagen das war's für diese runde ich hoffe ihr schaut beim nächsten mal wieder mit rein ich würde mich sehr darüber freuen bis dahin wünsche ich euch alles gute ich bin raus hier man sieht sich eine weitere folge mein weg in battlefield 4 geht zu ende links findest du alle weiteren folgen rechts den link zu meinem kanal wenn dir das video gefallen hat würde es mich freuen wenn du mir einen kommentar einen daumen und vielleicht sogar ein abo dalassen würdest